Trutankopf, Digga. Schade. Was ich fühlen würde, wenn die Karte irgendwie so wechseln würde, dass irgendwie so Nexus-Probleme kommen und die Karte einfach so hin und her wechselt. Wisst ihr, was ich meine? Kurz drei Wochen die alte Map, dann wieder die neue Map. Das wäre geil. Das ist ja schon wieder eine andere Sache. Einfach besseres Aim. So werde ich das auch einfach machen, Leute. Das hat gar keinen Sinn. Ich werde auch nicht viel bauen. Ich werde einfach Double-Yukin-Rainer und dann Abfahrt. Und entweder treffen wir was oder nicht. Warum kämpfen die denn alle hier so? Warum kämpfen die hier alle so? Digga, wie spielt ihr denn? Einfach schmutzig. Nein, er hat mich Outplayed. Ich glaube, 1000 Punkte hier. Das ist echt nutmäßig, weil ich hier zockele. Schade. Mal gucken. Auch vor mir ist einer. Was macht der denn da? Okay. Können wir jetzt bitte... Das wäre geil, wenn die Gegner so ein Creative Madness auch wären. Wenn wir mal direkt Platz 1 einfach holen, Leute. Einfach PS4-Gegner. So ein Ding wäre das. Ja, eigentlich müsste ich noch schnell den Deathrun zocken, aber das werden wir nicht mehr schaffen. Das ist das Ding. Ich glaube eher, dass das so auch spaßmäßig auch angelehnt wird. Weißt du, dass das so ein Spaß-Turnier wird mit Deathruns, Massruns und so eine Scheiße? Ja, wir gucken mal. Ich hoffe, dass das wieder so ein Spaß-Ding wird. Warte mal, hinten war auch noch einer. Warte mal, hier war noch gerade einer von hinten. Gut, Überblick verschaffen. Warte, hä? Da ist ja doch, ne? Oh ja, ich habe gesehen. Den holen wir uns. Warte. Ich täusche an, Leute. Ich täusche an. Oh, guck mal, wie er mich schneiden wollte. Ey, das war auch unihrenhaft. Ey, mich verfolgt einer. Digga, was denn mit ihm los ist? Wie jumppits hat er denn? Was bist du denn hier? Bist du hier Hoppelhase oder was? Auf einmal hier. Ja, jetzt auf einmal schieß, ne? Jetzt auf einmal hast du... Jetzt hast du die Buchsen voll, ne? Jetzt hat er die Buchsen voll, Digga. Oh. Ah, hinten war noch einer. Wann der Typ von hier gerade? Boah, einfach rein, Digga. Einfach rein, da bei den Idioten. Hier brauchst du gar nicht viel machen, Leute. Hier brauchst du gar nicht mit Wissenschaft anfangen. Einfach rein, Digga. Guckst du dir an. Ey, das macht... Hier macht es vordentlich noch Spaß zu spielen. Auf dem Level hier. Max, die Pfeife, ja. Schade, Max, Digga. Also das war jetzt hier eine... Eine Sache, die ich nicht nochmal ansprechen wollen würde. Ha, es war pfeifenhaft, würde ich jetzt mal sagen. Digga, nee. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Hey, was willst du euch klappen von dir? Wollt ihr mich hier auch hochnehmen, ne? Anstrengend. Jetzt haben wir die guten Metz verbraten. Was war seine Mission denn? Was war seine Mission? Also das war ja mal wieder hier eine richtige Expedition, die er sich vorgenommen hat. Holy moly, Macaroni. Hallo. Digga, connecte doch bitte. Und connecte da nichts. Ist das cringe, Digga. Trick 17, Digga? Das war jetzt ein bisschen doof. Ganz einfach rein, da kommt der denn hier, Digga. Das war jetzt ein bisschen doof. Einfach rein, da muss man gar nicht viel bauen hier. Ich sag euch ehrlich, einfach mal rein. Einfach draufhalten, bis es nicht mehr geht. Oh, ich... Wo ist denn der Typ? Hä, ist der Baum oder was? Oh, das war doof. Ich weiß, das war echt doof gewesen. Er dachte... Ich denke mal, dass er es dachte... Dass da auf ihn die Marodeure schießen. Oh, das kostet Mads. Oh. Ja, das Problem... Träfft doch, Rentner, Alter. Junge. Ja, es macht so Bock hier zu zocken. Ich sag ehrlich, ne? Auf den Rating, ey. Könnte ich mir aussuchen, was für ein Rating ich zocken würde, ob ich die ganze Zeit auf so ein Rating zocken. Einfach um die... Einfach um die alle abzufacken. Ich hasse das, wenn hier Weeping Woods Endzone ist. Ich weiß auch nicht. Mit den ganzen Bäumen ist hier einfach Gemüsefeld. Okay, Leute. Wir werden jetzt auch so spielen wie die Pros. Ich warte jetzt einfach hier auf Rentnerbasis. Oh, wie machen wir noch die Baum kaputt? Ein bisschen Bräumchen kaputt haben jetzt. Hä? Hallo? Weg mit dem Baum. Weg mit dem Baum. Oha. Guckt ihr mal den Kollegen da vor mir an. Oha. Das ist aber nicht... Das ist ja... Das ist ja... Das hat der sich denn da gebaut. Fünf Sterne Hotel. Und jetzt zeige ich euch gleich wieder ein Triple Hatcher. Oh, oh. Das ist ganz knapp in der Zone. Ganz knapp ist da reingekommen. Ja, wir können eh... Wir können Jump hätten noch. Wir haben hier übelst den High Ground. Baba-mäßig. Was willst du denn hier? Was hat der Jagdgewehr? Oh. Ein Grappler. Oh, zurecht. Tief, tief, tief. Tief, tief, tief. Das ist vor uns. 3.000 Kuh! Oder auch nicht. Hey, wir haben ja gar nichts zum Heilen dabei. Ja, moin, Digga. Die Bäume nerven, die nerven. Oh, der ist ja auf Rentnerbasis da ganz unten. Ich hau jetzt mal alles kaputt. Was? Nein, ich wollte ihn hochnehmen. Ich wollte ihn hochnehmen. Ich dachte, das kriegt er nicht mit. Ja, easy. Warte. Das ist ja nicht besser. Nein, ich wollte ihn hochnehmen. Fuck.